Hi Jerry, versuchst du den Geschwindigkeitsrekord zu brechen? Es ist doch egal, dass du nicht schnell bist, Ben. Es gibt viele andere Sachen, die du kannst. Du willst nochmal ein Rennen fahren? Ben, was ist das? Du hast den Energiespeicher vom Rathaus genommen? Das ist gefährlich. Nimm ihn ab. Du kannst nicht anhalten? Oh nein! Carl, wir haben ein Problem. Ben hat einen Energiespeicher gestohlen und jetzt kann er nicht anhalten. Du musst ihm helfen! Supertribut! 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 Hey, hey. Huh. Hmm. Huh. Huh. Hmm. Huh. Ah, 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 ah. Carl, Ben ist viel zu schnell. In was wirst du dich verwandeln, um ihn zu fangen? Oh! Vorsichtig, Super Truck. Carl, du musst ihn unbedingt einfangen. Er fährt auf die Zugbrücke zu. Ben, sei vorsichtig. Die Zugbrücke ist noch nicht unten. Carl, benutze dein Spezialwerkzeug, den ST3000. Mein Greifarm, das ist super. Keine Panik, Ben. Carl hält dich fest, damit du jetzt noch nicht über die Brücke fährst. Puh, gerade noch mal gut gegangen. Oh oh, schnell hinterher, Super Truck. Pass auf! Wow! Michu-Mu. Wow, super Landung. Ups. Jetzt bist du außer Gefahr, Ben. Danke, Super Truck. Du hast die Stadt gerettet. Hey! Hey, haben wir mal. Hey, haben wir mal so. Gary macht seine Arbeit wohl sehr gerne. Schaut mal, wie viel Spaß er hat. Was war das, Gary? Hast du das Geräusch gehört? Ach du meine Güte. Gary, schnell, versteck dich irgendwo. Es ist ein Geist. Oh nein, er hat dich gefunden. Wir müssen Hilfe holen. Bleib hier, Gary. Ich werde Super Truck rufen. Hi, Carl. Wir haben einen Notfall. Gary, der Müllwagen wird von einem Geist gejagt. Bitte hilf ihm. Er hat schreckliche Angst. Aha. Super Truck. Dieser Geist ist sehr schnell. Du musst noch schneller sein, um ihn zu fangen, Carl. In welches Fahrzeug wirst du dich verwandeln, Carl? Mhm. Malabar. 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 Ein super Renntruck! Klasse! Schau, Supertruck, der Geist versucht zu verschwinden, schnell, ihm nach! Schau, Supertruck! Das war's, du Geist! Du kannst nirgendwo hin! Irgendetwas ist komisch an diesem Geist. Ich glaube, da versteckt sich jemand unter diesem Tuch. Okay, Supertruck, ich glaube, jetzt können wir endlich herausfinden, wer sich unter diesem Geisterkostüm versteckt. Aha, ich hab gewusst, du bist kein echter Geist! Warum hast du das gemacht, Jerry? Du hast dein Kostüm für kommendes Halloween ausprobiert? Ich verstehe, aber Gary hat ganz schön Angst bekommen wegen deinem Kostüm. Er dachte, du wärst ein echter Geist. Aber jetzt ist es ja gut. Das Rätsel wurde gelöst und Gary wurde gerettet. Das ist echt nett von dir, Jerry. Du bist ein wahrer Freund. Supertruck, was machst du? Supertruck, du bist so ein Scherzkeks. Tschüss alle zusammen, habt Spaß an Halloween! Gary, wo fährst du so schnell hin? Spät dran für eine Lieferung, was? Gary, hast du das Horn gehört? Klingt, als wäre Bobby in Schwierigkeiten. Was ist los, Bobby? Bobby, Haie sind dir vom Meer gefolgt. Sei vorsichtig! Gary, Bobby kann dich nicht hören. Schau auf die Straße, du wirst... gleich! Gary! Carl, Gary und Bobby sind in Schwierigkeiten. Gary ist von der Brücke gefallen, auf einer Wasserhose gelandet und jetzt werden sie von Haien bedroht. Du musst sie retten, schnell! Supertruck! Schau, Carl! Carl, Gary ist da drüben! Oh nein! Die Haie werden jeden Moment durch die sich öffnende Brücke kommen! Schnell, Carl! Weißt du, in welches Fahrzeug du dich verwandeln wirst, um sie zu retten? Hey, komm! Nein, man! Mo! Oh! Cari, schau, wer da ist! Du hast die Haie vergessen! Pass besser auf! Bobby, Supertruck braucht dich, um Cari ans Ufer zu schleppen! Halt dich fest, Cari! Halt dich fest, Cari! Du beeilst dich, lieber Bobby, sie kommen! Du musst schnell handeln, Cari! Super Idee! Du könntest einen großartigen ST3000 benutzen! Na klar! Haha, Entschuldigung! Beeilt euch, Leute! Wow! Supertruck, es funktioniert! Es verjagt die Haie! Mach weiter! Fantastisch! Du hast die Haie davon gejagt, Supertruck! Gut gemacht! Danke für deine Hilfe, Supertruck! Du hast recht, Bobby, wir sollten den Kanal sicherer machen! Klasse Idee, Supertruck! Klasse Idee, Supertruck! Lasst uns ein Netz benutzen! Viel Spaß, Jungs! Wow! Jerry fährt ganz schön schnell! Also das ist ein ungewöhnliches Rennen! Schaut euch die Fans an! Jerry, es ist nicht nett, Bobby die Zier rauszustrecken! Vorsichtig, Jerry! Oh nein! Oh oh, Jerry! Sieht aus, als bräuchten wir Hilfe! Die Pflicht ruft Carl! Supertruck, los! Supertruck! Jerry und Bobby sind noch ein Stück weiter weg, Supertruck! Schau da drüben! Im Wasser! Aha! Mhm! Wow! Das Wasser wird verschmutzt durch den ganzen Müll! Was machst du jetzt, Supertruck? Danke! So! Das war's gut! Die Blindung! Die Blunden! Oh! Die Blunden! Ich bin in Verräumat! Das war's gut! Die Blunden! Ich bin in Ähnung! Supertruck kümmert sich darum, Jerry. Klasse Idee, Supertruck. Es funktioniert. Siehst du, Bobby, du musst keine Angst haben. Supertruck ist hier. Du wirst das nächste Mal vorsichtiger sein, Jerry. Du willst helfen, Jerry? Das ist nett von dir, aber... Vielleicht solltest du lieber Supertruck... Jerry! Supertruck, schnell! Durchhalten, Jerry! Jerry, halt dich fest! Schnell, Supertruck! Benutze deinen ST3000! Was ist das? Ja, ich bin jetzt! Ja, ich bin jetzt! Ja, ich bin jetzt! Ich bin jetzt! Ein weiterer Job. Klasse erledigt, Supertruck. Alle sind in Sicherheit. Sieh dich an, Jerry. Du fährst Wasserski. Tschau, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wow, seht euch Jerry an. Ziemlich beeindruckend, oder Walter? Ja, das war knapp. Oh oh, sieht aus, als bräuchte dir Hilfe. Lasst uns Supertruck zur Hilfe holen. Etwas stimmt nicht mit Jerry und Walter. Sie sehen nicht gut aus. Komm schnell. Na, na na. Na na. Supertruck. Da sind sie, Super Truck! Oh Mann, sieht aus, als bräuchten wir ein Fahrzeug, das sie gesund machen kann. Wow, ein super Krankenwagen, sehr cool! Warum benutzt du nicht deine Lichter, um Jerry und Walters Augen und Rachen zu checken? Weit aufmachen, Jerry! Nicht so gut, was? Was ist los, Walter? Keine Sorge! Super Truck will nur herausfinden, wie er dich wieder gesund machen kann. Richtig, Super Truck? Na also! Und jetzt A sagen! Hier auch? Und jetzt? Ah, medizinische Masken! Gute Idee, Super Truck! Das verhindert, dass sich die Bakterien in Car City ausbreiten. Oh oh, die beiden sehen nicht gut aus, Super Truck! Oh nein, sie haben auch Fieber? Sieht aus, als müssten wir den ST3000 für ein bisschen extra Hilfe benutzen. Keine Sorge, ihr zwei, der Super Krankenwagen wird euch bald wieder ganz gesund machen. Ah ja, auf niedriger Stufe wird der Gefrierstrahl sie abkühlen und das Fieber reduzieren. Genial! Aber vielleicht solltest du es vorher ausprobieren. Oh, das ist ein bisschen zu kalt! Du musst es auf jeden Fall runterdrehen, Super Truck! Viel besser! Okay, seid ihr bereit? Kein Grund nervös zu sein, Super Truck wird sich gut um euch kümmern. Wow, sieht euch das an! Klasse, Super Truck! Du hast das Fieber geheilt! Oh oh, Super Truck hat recht, Jungs! Ihr fahrt besser nach Hause und ruht euch ein bisschen aus. Gute Besserung! Hey, sieht aus, als werdet ihr wieder gesund nach eurer Pause! Und Walter lernt wirklich schnell! Sieht aus, als hättest du wieder mal den Tag gerettet, Super Truck! Gut gemacht! Viel Spaß, Freunde! Bis später! Wow! Jerry, bist du das? Du siehst fantastisch aus, so dekoriert für die chinesische Neujahrsparade! Führst du die Parade an? Vorsichtig, Jerry! Du willst doch keinen Unfall haben! Die Parade fängt gleich an! Auf deinen Platz, Jerry! Viel Glück! Fahr nicht zu schnell, sonst kommt niemand hinterher, Jerry! Was ist los, Jerry? Hast du Motorprobleme? Vorsichtig, Billy! Jerry hat Motorprobleme! Oh nein! Wir rufen lieber Super Truck! Hilfe! Carl! Wir brauchen dich! Jerry führt heute die Parade an und er ist kaputt gegangen! Und jetzt steht die ganze Parade still! Kannst du uns helfen? Super! Legen wir los! Super Truck! 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 Schau nicht so grantig, Biddy. Supertruck ist da, um zu helfen. Du musst dich nur gedulden. Oh Mann, sie werden ungeduldig. Hört euch das Hubkonzert an. In was wirst du dich verwandeln, Supertruck? Oh Mann, sie werden ungeduldig. Wirst du Jerry aus der Parade nehmen, Supertruck? Cool, Jerry ist auf der Plattform. Jetzt ist er so groß wie ein echter Drache. Lasst uns die Parade wieder in Gang bringen. Oh oh, was ist jetzt los, Jerry? Du siehst etwas auf der Straße vor uns? Was ist das, Supertruck? Eine ungekippte Straßenlaterne? Oh nein, das ist nicht gut. Pass auf! Puh, das war knapp. Was machst du jetzt, Supertruck? Schau mal hinter dich. Die anderen kommen näher. Das kann sehr gefährlich werden. Gute Idee. Versuch es aus dem Weg zu drücken. Es ist ziemlich schwer und du hast nichts an der Stoßstange, um es ordentlich zu bewegen. Was machen wir nur? Die ganzen Autos werden nicht rechtzeitig anhalten können. Denk nach, Supertruck. Na klar. Der ST3000. Was für ein Werkzeug wirst du benutzen, um die Lampe beiseite zu räumen? Beeil dich, Supertruck! Oh nein! Hör nur das Hupen! Warte, wer? Warum ist Billy heute so schlecht gelaunt? Du hast recht. Das Dummerchen Billy will einfach, dass alles nach Plan läuft. Hurra! Du hast es geschafft, Supertruck. Und gerade noch rechtzeitig. Schau! Komm schon, Drachen. Halten wir die Parade am Laufen. Und wir sind wieder am Anfang. Was für eine tolle Parade. Schau, Supertruck. Billy lächelt sogar. Danke, dass du den Tag gerettet hast, Supertruck. Lasst mal was für Supertruck hören alle zusammen. Zumindest funktioniert deine Hupe noch, Jerry. Frohes chinesisches Neujahr alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Es ist Sporttag in K-City. Komm, guck mal, guck mal. Sehr gut. Oh, guter Wurf, Edna. Autsch! Das muss wehtun. Oh nein! Jeremy, was ist los? Der Ball hat deine Verkabelung beschädigt? Du kannst nicht anhalten? Oh nein! Hey Leute, coole Moves. Äh, kann ich mir Karl für eine Minute ausleiten? Karl, Jerry ist außer Kontrolle im Park. Es sieht aus, als baut er gleich einen Unfall. Kannst du helfen? Ist hier, in der future? Supertruck! 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 Was denkst du, Super Truck? Genau, du brauchst etwas für jeden Untergrund. Etwas für Offroad, richtig? Was denkst du, Super Truck? Jerry, Super Truck ist hier, um dich zu rennen. Super Truck, du musst ihn anhalten. Wie wirst du Jerry stoppen? Du setzt dich vor ihn und trittst auf die Bremse? Gute Idee. Das ist zu schnell! Super Truck, du verfolgst ihn lieber. Jerry, die Brücke vor dir ist oben. Du kannst da nicht lang. Was? Du kannst nicht mehr lenken? Super Truck, unternimm etwas. Jerry erreicht gleich die Brücke. Super Truck, was machst du? Das ist die falsche Richtung. Du benutzt das Luftkissen, um ihn auf der anderen Seite aufzufangen? Das könnte funktionieren! Ja! Jerry, dir geht es gut! Aber deine Räder bewegen sich noch, richtig? Wie können wir ihn reparieren? Wow! Sieht aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Danke, dass du ihn gerettet hast, Carl. Und danke, dass du ihn repariert hast, Walter. Auch wenn es aus Versehen war. Hey, Jerry, alles wieder in Ordnung? Na dann, geht es langsam an, Freunde. Genießt den Rest eures Sporttages. Hey, Carrie, was machst du so? Du hast besondere Kekse für den Frauentag gebacken? Oh nein! Jerry, er hat die Kekse gestohlen! Gute Idee! Super Truck kann ihn aufhalten! Carl, wir brauchen deine Hilfe! Jerry hat Carries Kekse für den Frauentag gestohlen. Du musst ihn aufhalten! Tom, wir brauchen deine Hilfe! Super Truck! Super Truck! Super Truck! Super Truck! Super Truck! Super Truck! Hurribe! Good Truck! Jerry ist in Richtung der Baustelle gefahren. Eine Transformation. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Jerry, du passt jetzt lieber auf. Er ist kein Gegner für einen Polizeiwagen. Er kommt davon. Er ist entkommen. Was wirst du tun? Klasse! Gute Idee. 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 Gute Idee Idee. Gute Idee Idee. Gute Idee. Gute Idee Idee Idee. Gute Idee... Du kannst den Spruch nochmal lesen und den Fluch aufheben? Wow! Sieht aus, als wäre der Fluch aufgehoben. Pass auf! Das muss vom Windrad sein. Du hältst es besser auf. Es fliegt auf die Hutschau zu. Schon okay, Supertruck. Du musst irgendwas haben, das es aufhalten kann. Na klar, der Telekinese-Strahl. Supertruck! Danke, dass du alle gerettet hast, Supertruck. Äh, du hast eine Idee für einen neuen Hut? Wow! Cooler Hut, Walter! Aber werd nicht zu frech, Walter! Na dann, genießt den Rest eurer Hutschau, Leute! Hey, Carl! Pass lieber auf! Das ist eine wackelige Ladung. Wo bringst du die Pizzas hin? Ah, zu so'n Kranfeier! Cool! Yikes! Hört sich an wie ein Notfall! Du beeilst dich, lieber Carl! Aha! Keine Sorge! Wir müssen später einfach noch ein paar Pizzas besorgen! Aha! Es sieht aus, als hätten sie eine klasse Zeit bei der Feier! Haha! Aber der arme Walter kann seine Wasserpistole nicht finden! Hey, das ist nicht fair! Kannst du ihm helfen, Carl? Aha! Aha! Und der geht's! Da. Ja,我知道 Danielle. Hi Leute, lasst Walter mal in Ruhe, bis Supertruck seine Wasserpistole gefunden hat. Bereit für die Suche, Supertruck? Großartig! Siehst du die Pistole bei dem Busch? Nein? Wie sieht es bei der Lampe aus? Immer noch nein? Du hast recht, du findest sie viel schneller aus der Luft. Bereit zum Abweben? Super, los geht's! Wir sind gleich zurück, Walter. Siehst du sie da unten? Und hier? Aha, da ist sie. Kannst du sie holen? Ups, versuch's nochmal. Na also, lass sie uns zu Walter zurückbringen. Oh nein! Was ist passiert? Wie ist das Feuer ausgebrochen? Jerry ist durch eine Pfütze in die Stromleitung gerutscht. Schnell, Supertruck! Wie können wir das Feuer löschen? Schnell! Beeilung! Benutzt deinen Wasserstrahl, Supertruck! Oh nein, es breitet sich aus! Hilfe ist nah! Danke, Kinder! Danke, Jerry! Wow! Gute Arbeit, alle zusammen! Das Feuer ist aus! Jetzt könnt ihr endlich die Pizza genießen! Danke nochmal, Supertruck! Bis zum nächsten Mal, Freunde! Sieht aus, als würde das Baustellenteam Pause machen. Und Karl ist vorbeigekommen, um Volleyball zu spielen. Ups! Du musst besser aufpassen, Karl! Oh oh! Jemand braucht Supertruck! Du fährst besser los, Karl! Karl, es gibt ein Problem auf der Rennstrecke! Jerry wollte durch den Super-Looping fahren, aber Ben hat aus Versehen Kleber auf die Strecke geschüttet. Und Jerry ist drüber gefahren und steckt jetzt Kopf über im Looping fest! Du musst ihn retten, bevor er runterfällt! Oh! Okay! Das war's für heute. Das war's für heute. Mein Rat war, du kannst auf dem Kleber nicht fahren, sonst bleibst du aufstecken, Karl. Was meinst du, Supertruck? Was? Dieser Haufen Sand? Du sagst, wenn du den Sand auf dem Kleber verstreust, dann ist er nicht mehr klebrig? Aha, mhm. Wenn du meinst. Aber wie bringst du ihn da rüber? Haha. Was meinst du? Ah! Halt durch, Jerry. Super Truck kommt, um dich zu retten. Klasse! Der Sand hat den Kleber neutralisiert und jetzt ist er nicht mehr klebrig. Ach du meine Güte. Schaut euch die Sonne an. Es ist super heiß heute. Oh nein, die hohen Temperaturen schmelzen den Kleber. Jerry fällt vielleicht jeden Moment runter. Super Truck, unternimmelt was. Gut gemacht, Ben. Du sagst, das sollte Jerry schützen, falls er runterfällt? Okay, wir können nicht einfach warten, bis er runterfällt. Er ist zu hoch, Super Truck. So kannst du ihn auf keinen Fall erreichen. Das funktioniert auch nicht. Ich glaube, es gibt nur ein was, was uns jetzt helfen kann. Der ST-3000. Ah, verstehe. Du willst den Laser benutzen, um den Kleber durchzuschneiden. Dadurch fällt Jerry runter in den Reifenhaufen. Genial! Aber sei vorsichtig, Super Truck. Du willst ja Jerry nicht mit dem Laser treffen. Fast geschafft. Bist du okay, Jerry? Ist irgendwas kaputt? Nein? Das ist gut. Was ist los, Jerry? Oh, du machst dir Sorgen, dass der Looping beschädigt wurde. Hm, was machen wir da nur? Was, Super Truck? Du kannst es sauber machen? Aber wie? Gut gemacht, Super Truck. Du hast den Looping gesäubert. Jetzt kann Jerry wieder versuchen, durchzufahren. Richtig, Jerry? Drei, zwei, eins, los! Was? Ja, er hat es geschafft! Hurra! Danke, Super Truck. Du hast wieder mal den Tag gerettet. Hey, Jungs! Versteckt ihr Schokoladeneier für Ostern? Das ist nett. Die Kinder werden Spaß haben, wenn sie sie suchen. Oh, oh, Karl. Es gibt Probleme und jemand braucht deine Hilfe. Du fährst besser gleich heim. Walter hilft, Carrie Schokolade zu machen im Süßigkeitenladen. Aber leider fühlt er sich nicht gut. Es sieht nicht gut aus. Und Amber, der Krankenwagen, ist nicht da. Kannst du ihm irgendwie helfen, Karl? Gibt es vielleicht einen Weg, wie du Medizin liefern kannst und Walter helfen kannst, Karl? Super! Los geht's! Oh nein, Super Truck! Sieht aus, als gibt es einen riesigen Verkehrsstau. Was ist da los? Was um Himmels Willen machen die da? Ach so, sie suchen nach Ostereiern. Deshalb schnüffeln sie da rum. Aber jetzt, wo sie den Verkehrsstau verursacht haben... Super Truck, wie kommst du zu Walter? Du hast einen Plan, um dich zu verwandeln? Aha. Oh nein, Super Truck, wie kommst du? Wow, Super Truck, du bist ein Krankenwagen. Super Idee. Alle werden beiseite fahren, wenn du Licht und Sirene ran hast. Aufgepasst, Fahrzeuge, aus dem Weg bitte. Super Krankenwagen hat einen Notfall, um den er sich kümmern muss. Oh, Walter, du siehst schrecklich aus. Aber keine Sorge, Super Truck ist hier, um zu helfen. Wie lange fühlst du dich schon krank, Walter? Was hast du heute gegessen? Aha. Du hast Kerry geholfen, Schokoladeneier zu machen und hast den ganzen Tag Schokoladenpogen genascht? Daran könnte es liegen, mein Freund. Morati Kappa. Hier, nimm die Medizin, um deinen Magen zu beruhigen. Du wirst dich gleich wieder wie neu fühlen. Klau, Walter. Zeig uns die Schokolade, bei der du heute geholfen hast. Oh, das sieht lecker aus. Pass auf, Walter. Oh nein, die geschmolzene Schokolade ist ausgelaufen und auf der ganzen Straße. Das könnte gefährlich sein. Was ist das? Hört sich an, als würde jemand kommen. Das ist Jerry. Er fährt viel zu schnell. Wenn er über die Schokolade fährt, ist er außer Kontrolle. Yikes. Jerry kommt direkt auf euch zu. Super Truck, denkt ihr was aus? Keine Sorge, Kerry und Walter. Super Truck und sein Luftkissen werden euch retten. Aufgepasst. Da kommt er. Du hast es geschafft, Super Truck. Du hast den Tag gerettet. Bitte schön, Jungs. Walter hat leckere Eisbecher gemacht, um zu feiern, dass niemand verletzt wurde. Jerry, Walter will wissen, ob du extra Schokoladensauce auf deinem Eisbecher wälzt. Danke für deine Hilfe, Super Truck. Frohe Ostern zusammen. Genießt es.